Wo ist der Regen? Ich brauche den Regen im Q1, wenn ich eine Chance haben will. Nicht Q3. Q1. Q3. 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 War eine krasse Schikane. Q3. Aber leider nur der 20. Also Runde war nicht schlecht. Kleine Fehler im letzten Sektor, Mittel Sektor nicht 100 Prozent gut, der Erster Sektor war ganz okay. 20. Platz. Pole war eine 1,086,06. Wow, die Mediums gehen schon lange, oder? Wie lange gehen denn die Softs? Nee. Nicht lange genug. Wir machen das typische. Die typische F1-22-Strategie. Oder? Ja, doch. Wir hätten noch ein bisschen weiter vorgehen können. Ein kleines bisschen weiter. Oh mein Gott. Alter. Zunoda. Runde 1. Okay. Überlebt's bisher. Zunoda macht richtig Stress. Selbst bei Ricardo, ich fühl's. Unmenschlich. Unmenschliche Pace von der KI. Oh. Das wird Barcourt 2.0. Kann die Punkte riechen. Und nicht den Flügelschaden. Jetzt Ende. Okay. Ich sag euch, es ist Barcourt. Nein, 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 nein. Ich hab jetzt keine Lust darauf. Ich hab jetzt keine Lust darauf. Schluss. Schluss. Aus. Ende. Da war nix. Da war nix. Ich hab da auch keine Lust jetzt. Wir machen das scheiß Defo. Und wir fahren weiter. Es ist nichts geschehen. Wieso haben wir uns da jetzt eben weggedreht? Wieso? Reifen. Ihr seid doch alle warm. Wo ist das Grip? Wo ist der Grip hin? Oh nein. Danny Rick. Danny Rick. In der ersten Runde war das Auto göttlich. Mittlerweile fährt es sich komisch. Was? Da ist eine Runde Unterschied. Wer hat mir die harten Reifen aufgedrückt? Ich will die Hypersoft von 2.18 zurück. Wir haben keine Straight Line Speed. Wir haben schon einmal die Wand gehauen. Ich brauch da jetzt nicht mal verteidigen. Das ist halt wirklich der Witz. Guck mal, wenn ich jetzt anfange mit Overtake, dann kann ich mich kurz halten. Ihn wieder zurück überholen vielleicht. Wir werden aber hier nicht lange überleben. Wir brauchen DHS. Sepp kommt zurück. Wieso ist der Aston Martin auf einmal schnell? Im Development stand ein bisschen zu schnell wie der Aston Martin. Jetzt habe ich schon DHS und diese A-Mann. Bei Ihnen Kanada also auch cracked. Also was die hier machen, verstehe ich nicht. Auf dieser Geraden. Da kommt die angeflogen wie was weiß ich. Tja, komm man. Die 20 in kam. Ich glaub's halt auch. Selbst unser Teamkollege holt uns. Also entweder das ist das Reifendelter oder... Ich hab echt einen Null-Pace hier. Wir brauchen ein safety-er-Glück. Auf dieser Strecke brauchen wir es echt. Guck mal, jetzt kommt der nächste Angriff. Und guck mal, von wo auf? Das ist unser Teamkollege. Und der holt trotzdem genau so schnell auf wie die. Das ist doch nicht mehr normal. Für Gasly. Bitte. Amigo. Ich mache langsam. Hey Junge, was ist das für eine Paces? Drop hier mein ganzes ERS. Ich kann nicht mit Gasly mithalten. Na, ciao, kein DRS mehr. Oh, jetzt wird's schwierig. Habe ich DRS? Ich werde doch wieder so gepusht, ey. Ey, Mann. Ah, doch, okay. Ich hab jetzt gerade gedacht, wir haben wieder kein DRS, Mann. Okay, safe. Und Chichilla, danke für deinen Preis im ersten Monat. Placid Alternativ, die nicht so teuer sind, gibt es ja. Man kann sich auch selber einen Simulator bauen. Junge, wir starten, man muss so kotzen. Schon in Monaco, jetzt wieder. Immer sieht er mich vor seiner Nase. Ja, zieh vorbei, komm. Keine Chance, Alter. Rang, guck ihn dir an. Russell, tu es nicht, tu es nicht. Alter, ey. So ein Psychopath. So ein Psychopath bist du. Du. Du hast schon erwachsen, ey. Und wir haben auch keinen Benzin mehr, ey. Oh, das wird ein schwieriges Rennen. Oh. Bitte, Safety Car. Gönn einen Safety Car. Gönn einen Safety Car. Oder virtuelles irgendwas. Wir brauchen es. Das gönnt mich. Dieses Game, Mann. Die Punkte sind direkt hinter uns. Mist. Wann müssen wir eigentlich rein? Runde 21. Wir könnten auch viel länger draußen bleiben. Wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Aber gleichzeitig, wenn wir wieder draußen bleiben, dann machen wir auch nicht wirklich was gut. 15. Da würden wir rauskommen. Davor waren wir 16. Gut. Macht auch Sinn wegen... Wie heißt der? Show. Der ist ja raus. Aber eigentlich bräuchten wir Punkte. Oh Gott. Da haben wir den Heckverbremser. Nachhelfen für Safety Car. Nee. So was machen wir nicht. Also nicht mit Absicht, natürlich. Das einzige Positive, beide McLarens sind nicht in den Punkten. Dafür glaube ich einem Alfa Romeo und das tut uns gar nicht gut. Wir warten so lange, bis ein Safety Car kommt. Eine andere Option haben wir nicht. Und Reifen sind noch ganz okay. Fühlen sich jetzt nicht bombar an, aber... Ein Regenrennen wäre auch schön gewesen. Jetzt guckt euch die Straight Line Speed an. Ja, moin. Sollen wir an die Box? Ich meine, wir haben nicht mehr... Wir werden jetzt schon 17. Ja. Bringt nix. Safety Car kommt anscheinend nicht. Können wir oben verstellen. Nee. Aber ich glaube, ein bisschen Benzin recoveren wir hier schon. Oder? Ey, Philipp. Jetzt kommt Philipp auch noch an mit einer 5-Haster-Bomb. Jungs, vielen lieben Dank. Jeder, der einen Sub bekommen hat, bitte... ...bedanken. Ansonsten gibt's Stress. Nee, 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 nee. Boah, der könnte den Move echt machen. Wegen kalten Reifen. Alles unser Team... Ah, nee, ist offen. Da ist immer noch ein Benzin-Problem. Wir müssen ERS benutzen, damit wir weniger Benzin benutzen. So lost. Das ist truth. Der haut auch noch 5 raus. Das war schön eigentlich. Oh, wir schieben Alex an. Ich muss echt mehr Fuel saven. Ich hab ein Problem hier. Ja, okay. Also, als hätte das Rennen nicht schlechter werden können, da holt er sich jetzt noch eine Penalty kurz vorm Ziel. Was, ein Schlamassel. Und jetzt... Nee, 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 sag mir nicht, jetzt kommt ein Safetyker. Also, wenn jetzt ein Safetyker kommt, vielleicht lohnt es sich sogar zu pushen für DRS. Rasen auf streng, ja, ja. Deswegen, es geht schon schnell. Drei Cuts und gut ist. Vor allem Kanada. Aber Kanada dieses Jahr scheint mir einfacher zu sein als... Die letzten Jahre. Ich weiß nicht, ob ich mich täusche. Ah, nee, der Albon ist noch hinter uns. Äh, ist noch vor uns. Schade. Beinahe. Hinter beiden Williams. Nicht gut. Ah, nee, nur einem. Ricciardo punkte, ja. Hit, ey. Shit, shit, shit. Wir haben zwar nicht verloren, aber auch nicht gewonnen. Das ist das Problem. Ah, Mann. Kein gutes Rennen. Unlucky. Hit.